Was geschah dann? Nein, Bär. Du fandest den Bunker, in dem du in die Höhle gingst. Warum ist Sims, das ist Szenario Nummer 17? Eine Tonne? Du... Okay, du zogst deine Waffe und holtest die Taschenlampe raus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Lüg mich nicht an, Bär. Fang nochmal an und sag mir, wie du Perseus getroffen hast. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.